Machen wir ein Star Wars Battle von 2 Schurken Ranking und ja dann sehen wir uns in Platz 11 und ja da sind wir bei Platz 8 und also aus diesem Schiff da mit Finn und so und ja es ist ein ziemlich unnötiger Charakter wie BB8 habe ich hier schon letztes Mal gesagt und also im Helden Ranking filmisch finde ich ihn relativ auch unnötig da er hat kaum Scintime und ist halt um ehrlich zu sein halt einfach nur ein Game um irgendeinen Gegenpart zu BB8 zu haben ich zocke ihn öfter als BB8 da ich ihn irgendwie als stärker empfinde als BB8 wir sagen ja BB8 wäre stärker so keine Ahnung da komme ich irgendwie nicht mit kommen wir mal kurz zu den Fähigkeiten haben wir so eine kleine Rauchbombe glaube ich nicht Rauchbombe das ist eher so Rauch am Charakter dann glaube ich so was ist das so ein mehr Schock haben wir eigentlich genau wie wie bei GTA äh nicht bei GTA ja ich meine wie bei BB8 hat man so ein er hat ja so Seile als so Schwimmen Schweben keine Ahnung und er hat halt so Blitze die halt irgendwie aktiviert werden und das ergibt halt auch recht wenig Sinn ja dann sehen wir uns äh bei Platz äh 10 wieder und ja jetzt keine Ahnung der Charakter ist glaube ich durch Battlefront generell entstanden und ist ziemlich unnötig und brauche ich ehrlich auch nicht ich meine es hat wie bei Finn eigentlich nur normale Blasterwaffe so ich glaube die TL50 wo es ein bisschen aufgemordet ähm mordet wie bei Finn also der Film mhm der ähm der das Charakter mhm man ey die Fähigkeiten sind gefühlt gleich wie bei Finn also nicht komplett gleich so aber vom Zocken her finde ich die ziemlich ah erstmal Teammitglied abgeschossen perfekt äh in der Story fand ich so eigentlich nicht so unnötig wie in Multiplayer oder halt offline game aber sonst war sie schon ziemlich also in Story war sie ziemlich äh äh neuerster Charakter und hat auch die Zukunft und auch charismatisch egal ob deutsch von Lernkopf haben das war das war ein harter Schlag ne wenn ihr das Video seht das ist glaube ich keine Ahnung 0 Uhr 5 6 keine Ahnung das war das war ich glaube ich bin ich bin Fähigkeiten weil ich da gerade momentan richtig rein scheiße einmal natürlich so ein Schild der absolut nicht viel bringt dann haben wir einmal so ein ja dann kann er halt einen so schocken dann haben wir noch so ein Sniper wie man sie überhaupt so nennen kann ja überhaupt nichts bringt so ist halt wie bei ähm sieht aus wie dieses eine Gewehr beim bei der Sniper Klasse und für filmisch kann man halt nicht sagen dafür hab ich halt gamisch was gesagt und mit der Waffe wäre sie by the way einzigartiger gewesen aber ja dann sehen wir uns am Platz 9 wieder und tschau und ja was soll man dazu sagen ne äh filmisch ist der Charakter natürlich richtig gut und auch auch richtig geil kommt ja auch demnächst eine Serie das Buch von Book of Boba fest worauf ich auch schon sehr Hype bin wozu wahrscheinlich auch Recaps kommen da weiß ich aber nicht da würde ich auf jeden Fall ein Update machen ich bin auch gerade am Videoplan vielleicht ein monatliches Update zu machen welche Videos diesen Monat kommen oder welches Content welcher Content aber ja das ist jetzt ein anderes Thema ähm und ja filmisch wie gesagt ist der Charakter ziemlich nice und den finde ich auch ziemlich habe ich gerade gesagt finde ich ziemlich nice auch aber im Game ist er halt soll ich sagen er ist echt nicht gut im Game um Alleine zum Beispiel die Einheit des Chef Troopers finde ich zum Beispiel besser ist besser spielbar und ist halt auch einfach stärker als Boba im Game und das ist das soll und das sollten halt nicht so sein wie ich finde weil es halt immer noch Boba Fett ist By the way Grüße an die Map Tigger die perfekt passt aber das ist jetzt ein anderes Thema ähm und sonst kann man halt jetzt zum Beispiel die Skins es gibt nicht mal ein Skin für Boba Fett also zum Beispiel die haben den den Held an sich auch nicht wirklich irgendwie was gemacht ähm und sonst kann man jetzt filmisch beziehungsweise nichts mehr sagen außer die Fähigkeiten die einmal so drei Raketen sind die ich gerade nicht testen konnte Klöse da raus haben wir einmal so eine Blendgranate beziehungsweise ne das ist so eine Granate glaube ich die äh die Waffe weg macht wenn ich mich nicht irre haben wir natürlich einmal so ein Scan der mhm mhm schon was bringt aber halt jetzt nichts krass besonderes ist und ja sonst sehen wir uns dann ähm auf Platz 8 wieder und auf Platz 8 ist äh Boss ähm ja der der ist viele sagen immer der ist irgendwie noob-freundlich aber ich bin ehrlich wo ich das Game angefangen hat ich halt ganz schwere Probleme mit Boss ähm und bin gar nicht klar gekommen was ich immer heute noch nicht tue weil mein Aim einfach mit Boss scheiße ist oder scheiße war keine Ahnung ich zocke ihn auch relativ wenig äh in generellen Games also HVS zum Beispiel gar nicht galaktischer Angriff selten wenn ich offline mal ein bisschen Bock hab sofort Action oder so dann ja manchmal aber nicht immer ja und ja filmisch kann man zu Boss eigentlich relativ wenig sagen da äh er nimmt Episode 5 auch taucht und da ein ziemlich kleinen Auftritt hatte aber er hat trotzdem im Game ist was irgendwie auch passt weil er im ersten Game auch war und äh sonst was kann man sonst noch zu sagen über Boss ähm ja auf jeden Fall ein Bett von Kommen noch mal kurz über ihn reden nämlich nicht wie ich ihn generell finde also hab ich ja schon einmal von einem Thema thematisiert aber wie gesagt er ist ganz ok und hat nichts besonderes einmal haben wir als Kräfte einmal so ein Giftgas das halt Schaden macht Leute haben wir einmal diese Minen und ich hoffe mal dass wir gleich ein paar Gegner hier ist einer können wir es gleich testen die ziemlich stark gegen andere Helden sind also wenn ihr in HVS ihn spielt dann nützt unbedingt die Fähigkeit weil die bringt echt mega viel haben wir einmal diesen Granatenwerfer der die absolute Krebs an sich hat aber trotzdem nice ist und ähm ja die Fähigkeit an sich ist ok auch der Sound ist stark von der also ja dann sehen wir uns in Platz 7 ich glaube 7 wieder und ja erstmal und ja wie gesagt ich finde den Helden eigentlich underweighted ich zocke ihn eigentlich ziemlich gerne da er ziemlich stark ist finde ich finde ich meine sie hat eine eigene Waffe bekommen Finn und äh eigene Version nicht das zeigt schon mal was dass man sich wo man sich mehr Mühe gegeben hat es ist glaube ich sie ist im Episode 8 DLC gekommen glaube ich ich mit Finn müsste eigentlich was sonst keine Ahnung aber sie finde ich ihren Blaster ziemlich stark so ist es zwar wieder Krebs an sich aber aus der Hälfte kann man auch würde ich sagen relativ gut mit ihr schließen wie bei Finn und an Eidemöse muss man generell aus der Hälfte schießen und dass dieser große Schuss da kommt diese Kugel und und ja sie ist wie gesagt stark mit ihrem Blaster ähm und filmisch ist der Charakter ja da streiten sich die Geister ich persönlich finde ihn nicht gut man hätte mehr aus ihr machen müssen dann wäre vielleicht besser gewesen wäre sie wäre sie besser gewesen wäre sie besser gewesen dann hätte man auch mehr aus ihr machen können das wäre besser gewesen aber man hat sie einfach in ach perfekt man hat sie auch einfach in aber sie hat einfach in der Ecke zu achten zu Wendeln sterben lassen das hat absolut keinen Sinn mehr gibt weil sie kriegen Finn verloren aber ja egal kommen wir mal zu ihren Fähigkeiten das ist einmal so ein Stab so ein Metall keine Ahnung Metallstab keine Ahnung also ich weiß nicht welchen Teil das ist im Star Wars Universum aber wir wollen Metall was glaube ich One-Shop macht Warte ja One-Shop haben wir so eine Drohne die die Gegner Hops nennt danke dass ihr es passiert hat der Kuss das kann nicht was es mal als Schießheim haben wir noch eines was ist es Scanfähigkeit wo keine Ahnung gerade dann kann man hier noch etwas zünden und ein bisschen Schaden in der Nähe stiften und ja das war es eigentlich so was man zu Captain zu ihr sagen kann und dann sehen wir uns im Platz ich glaube 6 wieder auf Platz 6 ist der erste Lichtschwert hält das ist nämlich Count Dooku und ich glaube jetzt für viele überraschend weil Count Dooku eigentlich ein ziemlich starkes ist in Battle for 2 aber er ist meiner Meinung nach der schlechtes Zelt mit dem Lichtschwert also es gibt deutlich bessere ich hab erst gedacht ein Pack ich da drauf und darf Maul hin aber ne ich finde darf Maul tatsächlich viel stärker als Count Dooku ich würde ich würde also zum Beispiel er hat im Lichtschwertkampf eigentlich ziemlich gute Chancen würde ich sagen in HVS gegen zum Beispiel einen Yoda oder gegen andere allein wegen den Blitzen brauchst du um ein so viel um dort zu besiegen auch Klone glaube ich und schottet er teilweise um aber auch nicht immer ich glaube zum Beispiel die aber egal da kommen später zu auch filmisch ist der Charakter ziemlich cool wie ich sagen muss in Episode 2 und 3 vor allem in 3 ein bisschen daneben gegangen aber in Clone Wars in Episode 2 hat er mir eigentlich relativ gut gefallen und äh sonst kann man noch Serien mäßig so Clone Wars halt ganz neu ich hätte mir auch gerne so eine Spin-Off-Serie gesehen wie man seine Backstory erklärt und so weiter klar es gibt es glaube ich in Büchern und Comics aber ich lese eigentlich keine Star Wars Bücher oder Comics und ähm ja was kann man sonst noch ach so ja natürlich die Fähigkeiten einmal so einen Blitz der richtig viel bringt eigentlich im Kampf haben wir einmal die Fähigkeit Duel Land die die oder schwächt es das äh schwächt die Gegner und macht die glaube ich One-Shot und haben wir nochmal dieses das ist jetzt Duel Land das macht einen glaube ich stärker muss sein müsste sein na ach ich sterb die ganze Zeit auf Kai Chi ich hasse diese Map aber ja sonst kann man nichts mehr zu Count Dooku sagen und dann sehen wir uns auf Platz 5 wieder das ist äh General Grievous und ja was soll man zu General Grievous sagen ähm ja er ist eigentlich ziemlich stark im Game ich zocke ihn auch relativ oft ähm in HVS ist er auch ziemlich stark ähm ähm das sind immer noch Stärke so stärkere in HVS ähm aber er ist schon ziemlich stark kann auch mithalten mit vielen bis auf seine Ausdauer die ihm natürlich verständlich mit zwei Lichtschwettern ist aber trotzdem irgendwie nicht so geil ist zum zocken so ist aber ähm ja auch filmisch mag ich oder serienmäßig mag ich den Charakter sehr vor allem in Clone Wars in Episode 3 mag ich ihn auch so aber der hat das für mich eine viel zu kleine Rolle um ähm für mich da ein Szene Stile oder zu sein aber ein Clone Wars war einer meiner Lieblings ähm Charaktere und ja was kann man ach so ja noch die ähm die ähm hier äh da fällt der Name gerade nicht ein genau Fähigkeiten wir gehen noch kurz mal hoch und testen sie einmal hier aus einmal so eine so einen nennen wir mal Abstich keine Ahnung dann so natürlich diese Spinnenform die in HVS ist wenn man nicht blockt und natürlich einmal der lautste Star Wars Sound der existiert und ja dann sehen wir uns auf Platz 4 wieder Platz 4 ist Imperator Perpetin und äh ja ich zocke ihn relativ also ich zocke ihn manchmal aber auch nicht immer im Battlefront ähm da ich ihn zwar sehr mag im Battlefront aber ich irgendwie nicht warm werde mit ihm klar er ist klar er ist stärker als Doku und General Grievous aber nicht stärker als die folgenden drei die gleich kommen wie ich finde in HVS ist er ziemlich stark vor allem gegen so ein vor allem jetzt gegen so ein Luke oder so ist es ziemlich nützlich mit dem Imperator zu spielen ähm und filmisch wie gesagt auch ein richtig geiler Charakter Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne nicht 4, wahrscheinlich 4 äh 5, 6 und 9 mag ich ihn sehr vor allem in ähm Episode 6 mag ich ihn ähm und ja auch in Clone Wars hat er eine kleine Rolle würde ich sagen und ist auf jeden Fall so einer meiner ja nicht Lieblingscharakter in Clone Wars aber er ist schon so ein besserer Clone Wars Charakter nicht so wie Jodgings und ja kommen wir mal zu den Fähigkeiten an dann haben wir so ein boah wie nennt man das Schocker Schock, Schock, Schick irgendwie halt so ein Schocker warte ich suche nochmal einen Gegner das ist einer das ist einer na egal wenn wir einmal so ein Schocker dann haben wir auch mal so ein ja es dauert jetzt ein bisschen wieder bis man wieder nen Gegner findet weil sonst geht die Fähigkeit nämlich gar nicht ja einmal das das ist auch ziemlich stark dann haben wir einmal noch so ein eine Aura die lau ich glaube wie bei Count Dooku Dueland halt Gegner irgendwie schwächt wenn ich mich nicht irre und ja dann sind wir uns bei Platz 3 wieder Platz 3 ist Darth Maul und ja was soll man sagen ne es ist ein ziemlich starker Held der jeweils in beiden Modi stark ist HVS, Galaktischer Angriff und auch sonstige Modis die man hier noch aufziehen kann ist er einfach ein sehr starker Schurke und macht auch sehr hat auch sehr geiles Gameplay und macht auch mega Spaß mit ihm zu spielen weil er halt auch so schnell ist und so weiter und allein bei Doppeldichtschwert ist er einfach schon Grund genug um da auf Maul zu spielen und auch ja filmisch und seriisch vor allem in Serien serienmäßig ein sehr geiler Charakter in Clone Wars ist mein Lieblingscharakter muss man hier so beichten und in Episode 1 ist er auch einfach ein cooler Charakter vor allem in der Endkampf mit Obi-Wan und äh Qui-Gon finde ich ist ein sehr nicer Lichtschwertkampf und macht super Spaß halt bei Nichtschwertkampfen auch in Clone Wars zuzugucken und auch in Staffel 7 ist der Charakter ziemlich äh gelungen oder was kann man noch sagen als kommen ähm wir auch wie ein Spiel haben oder nicht wie gesagt eh ich zock ihn sehr gerne und in den Modis und kommen wir jetzt nochmal zu den Fähigkeiten einmal halt so ein Lichtschwert Wurf wofür ich mal wieder einen Gegner brauche hier haben wir einmal so ein ein so krassen Ding und dann haben wir natürlich hier noch den Würgelgriff den ich gerade nicht ausprobieren konnte danke dafür aber ähm ja dann sehen wir uns auf Platz äh Nummer 2 wieder und auf Platz 2 ist Darth Vader und er ist mit ähm Platz 1 der stärkste Held meiner Meinung nach im Game generell er ist in galaktischem Angriff und vor allem in heldenwürse Schurken ein sehr 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 starker Held ähm man hat kaum eine Chance ihn so zu besiegen mit Troopern höchstens mit Helden und so weiter wenn überhaupt und er ist wie gesagt schon ziemlich stark stärker als ein Darth Maul auch ähm generell so gesehen Darth Maul einfach so äh nicht Darth Maul Darth Vader ist einfach auch so einer meiner Lieblings Star Wars Charaktere und in den Film mag ich ihn auch unglaublich krass gerne vor allem in Episode 5 ist er mein Lieblings Charakter und ich mag ihn einfach krass und und ja auch in der letzten Folge Clone Wars war es ziemlich nice ihn mal wieder so lang nach so langer Zeit zu sehen und ja ähm was kann man noch sagen wie oft ich ihn zocke ist natürlich so gut wie immer wenn ich die Chance habe dann tue ich es und ja halt auch eine starke Ausdauer und eine ziemlich lange Ausdauer was natürlich nochmal dazu führt dass ich ihn öfter spiele und spielen mag kommen wir mal zu seinen Fähigkeiten das ist einmal natürlich wieder so ein Lichtschwertwurf wie bei Darth Maul immer ein stärkerer Würgegriff als bei Darth Maul glaube ich und einmal so ein Lebens machen womit er auch dann der Held ist mit dem meisten Leben glaube ich also 1150 glaube ich ist der stärkste und ja dann sehen wir uns auf den Platz Nummer 1 wieder auf Platz 1 ist Kylo Ren und er ist einfach meiner Meinung nach das stärkste er hält in Star Wars Battlefront 2 und ich zocke ihn gefühlt öfter als ich meinen Vater sehe Kappa ähm ähm er ist sehr stark auch in ähm HVS ist er ein sehr starker ähm Schurke wenn nicht sogar meinen Main Schurke in HVS wenn er nicht besetzt ist ähm und ja auch in Galaktischer Angel und anderen Modis zocke ich ihn oft oft zwar nicht immer weil weil ich da auch manchmal andere zocke aber wie gesagt er ist der stärkste und meiner Meinung nach hat er auch das coolste Lichtschwert in Star Wars oder Laserschwert keine Ahnung wie er das nennt nennen wollt ähm aber äh ja auch äh filmisch ist es einer der besten Star Wars Charaktere ja finde ich schon ähm natürlich auch in Episode 7 ich finde ihn persönlich in Episode 8 sehr gut das ist so mein Lieblingsteil an Episode 8 das ist Kylo Ren und ähm ja was kann man auch so sagen erst mal kein Sith wenn ich mich nicht irre schreibt falls ihr es ergänzen wollt schreibt es gerne in die Kommentare und ähm kommen wir mal zu den Fähigkeiten aber natürlich so einen Machtschub der die komplett hopsen dann haben wir auch noch so eine starre kann man nennt man so starre ja das ist so eine starre halt ja und dann gibt es natürlich noch den Wage Angriff dazu müssen aber viele Gegner in dem Fall nicht sein und ja dann sehen wir uns im ähm ähm Outro wieder und ähm ja da bedanke ich mich dass ihr ihr alle bei dem Video zugeschaut haben habt das Video kommt jetzt am Dienstag und dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich bei der No Way Home Trailer Analyse wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen super geilen Tag und ähm ja haut rein und bis zum nächsten Mal